Den Stern, den ich euch vorher gezeigt habe, da unten ist er, und den Stern, der ist jetzt da nur aufgegangen, weil ich ihn transportieren musste. Der schaut nämlich ursprünglich so aus. Und das ist das, was wir jetzt zuschneiden aus den Säckchen, die in eurer Bastelbox sind. Wir haben da, wie heißt das? Blockbodenbeutel. Wir haben hier Blockbodenbeutel, 15 Stück. Das bedeutet Butterbrot-Sackerl, die sind hier abgepackt zu 15, das heißt, wir brauchen 24 für den Adventkalender. Nehmen uns also jetzt sechs Stück bitte raus. Zu Hause, wenn du mehr Sackerl hast, kannst du auch, sechs Stück ist die Untergrenze für so einen Stern. Also weniger als sechs Stück Sackerl würde ich nicht verwenden. Und wenn du mehr hast, ist gut. Wir nehmen jetzt sechs Stück und den Rest tun wir wieder zurück in die Bastelbox, weil die brauchen wir ja dann noch für den Adventkalender. Blockbodenbeutel heißt das da. Also dieses Ding hier, das ist der Boden. Wenn man den nicht hat, hat man nicht. Es gibt nämlich auch so kleine Sackerl, die habe ich gestern entdeckt. Die sind so süß, diese mini kleinen. Die haben einen ganz normalen Boden, also die haben nicht diesen, wo du das hinstellen kannst nachher. Und da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich mache einen Stern und ich zeige euch einfach aus den kleinen Sackerl ist das auch süß, ja. So. Dann kann man nämlich, da habe ich jetzt zehn Stück verwendet, ja. Und kann man jetzt auch zukleben, da muss man den schön auseinander ziehen. Und diese Sterne schauen total nett aus, wenn man sie ans Fenster hängt. Auf ein Geschenk drauf, die kleinen. Auf ein Geschenk drauf, gibt den großen, muss man auf ein großes Geschenk geben. Oder ins Fenster hängt, ja. Oder an eine Eingangstür hängt. Das ist so schnell gemacht. Man kann, ihr werdet es sehen, das geht total schnell und man hat schnell was davon und du kannst eigentlich wirklich viel groß, flächig, gleich damit dekorieren. So. Und wie das funktioniert, zeige ich euch. Ich habe mir gedacht, wir machen, ich habe mir das nämlich vorher angezeichnet, damit ich euch keinen Blödsinn sage. Für diese Größe, und da wäre es super, wenn es dann die Kamera nachher von oben zeigt, habe ich dieses Motiv zugeschnitten, ja. Das bedeutet, wir schneiden eine Spitze und dann eigentlich nur so zwei Dreiecke aus. Das könnt ihr jetzt mit Augenmaß gerne machen. Oder ich sage euch, und euch zu Hause, ungefähr die Maße, die ich verwendet habe, ja. Ihr habt ein Lineal in eurer Bastelbox. Und einen Bleistift. Das wäre das, was wir jetzt brauchen. Und eine Schere. Alles da? Ja. Ja, sehr gut. Entschuldigung, wir brauchen sechs Beuteln, einen Bleistift, ein Lineal, dieses da, und eine Schere. Ja klar, das ist, wir haben einen großen Tisch da, und schöne Deko und eine Kamera im Weg. Also, gut. Gut. Ich habe... Aha, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Super. Da habe ich wieder, ich glaube, fünf Zentimeter. Ja. Ach so, ich habe sie aufgeschrieben. Fünf Zentimeter. Wenn ihr jetzt ein Sackerl nehmt und an der Seite... So, ich werde es jetzt... Wie mache ich das jetzt alles sehen? Ich mache es doch über diese Kamera. Ich habe vom Sackerl runter gemessen, fünf Zentimeter in der Mitte. Da macht euch in der Mitte einen Knick vom Sackerl. In der Mitte vom Sackerl einmal einen Knick machen. So oben. Wisst ihr, was ich meine? So oben. So. Einfach so zusammen. Schwupp. Ja? Dann weiß ich, wo die Mitte ist. Und dann schneide ich hier und hier. Da habe ich fünf Zentimeter runter gemessen. Also an den Rändern. Jeweils fünf Zentimeter. Und dann schneide ich hier und hier ab. So. Das mache ich jetzt gleich mit. Ich habe hier und hier. Hier sind es fünf Zentimeter. Da ist die Mitte. Damit habe ich mal eine zentrale Spitz. Damit ist der Stern nicht mehr schief und damit ist einmal die Sache schon geritzt. Und dann habe ich zwei Zentimeter Abstand gelassen am Rand. Jeweils zwei Zentimeter. Und habe so ein Äckerl reingeschnitten. Und zwar habe ich da auf vier Zentimeter. Also das da. Von hier nach hier sind vier Zentimeter. Also die Höhe des Dreiecks quasi. Fast wie die Mathe Stunde, oder? Das ist ungefähr. Da haben wir zwei. Und dann schon immer zwei, zwei, zwei. Wenn ihr immer zwei Zentimeter macht. Zwei Zentimeter. Zwei. Zweit. Genau. Dann sind wir bei sechs Zentimeter insgesamt. Und dann hätten wir hier ungefähr eben diese zwei Zentimeter Abstand. Dann ein Dreieckerl. Es ist wirklich nur ungefähr. Was ihr auch machen könnt, ist, wir brauchen nur eine Vorlage. Und nach der richten sich alle anderen Teile vom Stern. Ihr könnt natürlich auch so ein Sackerl einfach in der Mitte falten. Ich wollte es nur, damit es halt für alle gleich nachmachbar ist. In der Mitte falten. Einfach ausschneiden. Irgendwo. Ja. Und einfach irgendwo. So. Ja. Wie viel sind es unter von zwei Zentimetern? Zwei, zwei, zwei. Immer zwei. Und vier rein, oder? Dann geht das. Und vier rein. Ich habe nur, das ist ungefähr. Ja. Weil es gibt so viele Leute, die sagen, was heißt ungefähr? Wo darf ich? Wie weit muss ich da rein? Ja. Deswegen habe ich es in Zentimetern. Ich bin auch. Also ich bastel mehr wie Jamie Oliver kocht. Ja. Also das geht schon irgendwie zu. Eine Prise davon. Und da schneide ich mal kurz rein. Das funktioniert halt nicht immer. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch die Maße. Noch mal für zu Hause. Hier habe ich fünf Zentimeter runter gemessen auf den Seiten. Habe einen Spitz so gemacht. Da habe ich zwei Zentimeter, zwei Zentimeter, zwei Zentimeter, vier Zentimeter rein. Ungefähr. Damit du. Oder du legst das zusammen und schneidest das so zurecht, wie du magst. Ich habe halt jetzt Zacken gemacht. Man kann das auch rund machen, wenn man möchte. Ich habe das. Man kann auch rund und Zacken machen. Das ist jetzt wirklich Geschmackssache. Ja. So da. Wenn ich jetzt so eine Vorlage habe, dann schneide ich mir die schon aus. Habt ihr schon? Boah. Der Bups. Cool. Also das schneide ich aus. Und übertrage das jetzt auf ein zweites Sackerl, indem ich es einfach drauflege und die Kanten nachziehe. So. Jetzt nehme ich mir ein Sackerl, lege es drauf und ziehe nach. Hoppala. Was? Gibt es Fragen? Das ist egal. Dann mach doch. Warte mal. Zwei Zentimeter. Nein, nein. Schau. Du kannst eins haben? Ja, bitte. Danke. Wie gesagt, das ist Geschmackssache. Ich habe diese Zentimeterangaben gemacht, damit wir uns alle in der Größe ungefähr auskennen. Niemand muss sich dran halten. Ihr könnt es da reinschneiden mit Gemäuse, wenn ihr wollt. Und könnt. Du sagst das doch gleich. Dann hätte ich das schon längst gemacht. Gerne. Okay. Jetzt nehmen wir jeweils zwei Säckchen. So, dass das nicht so verwirrend von oben aussieht, muss ich das da mal alles weglegen. Okay. So, sieht man, glaube ich, jetzt gut. Das ist der Prototyp. Diesen Prototypen legen wir auf ein Sackerl drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch jetzt, ihr habt es da Kluppen drinnen, also Wäscheklammern, kleine, kleine, kleine Wäscheklammern festklammern. Oder ihr haltet es einfach fest und schneidet jetzt anhand dieser Vorlage, die wir gemacht haben, das einfach rein. Das bleibt euch überlassen, wie mutig ihr seid. Wenn man es festhält, kann einer für sich nichts passieren. Es geht ja auch wirklich nicht darum, dass man akribisch genau arbeitet, weil man den Stern ja eh dann öffnet und man sieht nicht mehr, dass die Linien nicht übereinander gelegen sind. Also, du klebst den Schiff zusammen. So, jetzt habe ich schon einmal drei davon und das Ganze mache ich nochmal. Ich habe mir das deswegen aufgeteilt, weil, wenn man, also ein ganzes Schneiden, also sechs Säckchen schneiden ist echt übel. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen es auf zwei Mal und da geht es eigentlich ganz gut. So, die Spitze. Es geht auch, es schaut auch irrsinnig hübsch aus mit weißen Säckchen. Aber nachdem wir diese braunen brauchen, weil wir diese braunen ja noch verwenden für den Adventskalender. So, da. Haben wir jetzt sechs Stück. Haben wir alle? Noch nichts? Passt. Die anderen dürfen dabei schon den Bastelkleber suchen gehen. Ah, da ist er. Und die Sabine ist dann so lieb und bringt uns irgendwas, wo wir die ganz vielen Abschnipseln hin tun können. Hoppala. Geht's? Kann ich was halten? Braucht wer noch eine Hand? Ja. Alles gut. Hörner, der schaut doch. Aha, du schneidest immer zwei? Nein. Nein, ich drei. Das ist immer die Vorlage. Ah ja, das ist die Vorlage. Natürlich, die schneiden wir mit. Super. Was man auch machen kann, ist, könnte, was wir jetzt nicht tun, was man auch machen könnte, wäre, diese Teile jetzt noch mit einem weißen Kreidestift oder einem Goldstift an den Kanten zu verzieren. Punkte drauf zu malen, Schneeflocken drauf zu malen, was auch immer. Aber ich finde ihn jetzt gerade eigentlich so ganz hübsch, diesen, so naturbelassen. Mit Lichterkette. Mit Lichterkette. Mit Lichterkette schaut das sicher umsch aus, ja. So, jetzt legen wir uns die so auf, dass der Boden vom Säckchen immer nach unten zeigt. Nach unten, nach unten, nach unten, ja. Das ist deswegen wichtig, weil das ja auch mit aufklappt hier und nicht, dass einmal so klappt und einmal so klappt. Also immer das, äh, immer der Boden unten. Der Boden unten. Ja. Ja, genau. So, dass wir immer auf derselben Seite kleben. Wir können es natürlich auch umdrehen, aber das wird nur verwirrend jetzt. So, Bastelkleber. Für euch zu Hause, ganz normaler Bastelkleber aus der Tube. Ein Stick geht auch. Es gehen Heißkleber, du kannst verwenden, diese Roll, diese, wie heißen die, die sind super, da gibt's Kleber, die rollen sich so. Also, was jetzt halt wichtig ist, man sollte den jetzt ein bisschen gezielt einsetzen. Schön werden gerade, je gerader die Linien, ich zeig's euch jetzt kurz vor, desto besser. Äh, wir machen das jetzt so, wir machen das jetzt so. Äh, unten, eine, einen, äh, da unten, einmal, einen geraden, äh, wie sagt man da, ein Spatz, Klebestreifen. Dankeschön. Und dann nach oben und, aber nicht ganz bis zur Spitze. Das hat einen Grund, weil wir nur sechs Beutel haben. Das spannt extrem, dann, wenn wir es aufmachen, äh, ja. Jetzt lege ich den nächsten drauf, ich zeig's euch gleich für euch hinten, wo ich jetzt, äh, bis wohin ich jetzt geklebt hab. Jetzt, ich klebe, der Klebestreifen ist hier unten und geht mir hier ungefähr so grad in der Mitte bis, ich hab so, ich schätze, drei, vier Zentimeter unter der Spitze. Das sollte jetzt immer gleich sein, weil das sind die Stellen, wo unser, äh, äh, Stern dann immer zusammenklebt, ja. Also, ein, unten und rauf, ungefähr gleiche Höhe, das braucht man sich nicht anzeichnen, also, und wieder drauflegen. So, immer unten, einmal rauf, da habt ihr Pastelheber, der braucht natürlich ein bisschen, muss der, äh, ruhig dazwischen mal andrücken. Der muss auch trocknen, das ist klar. Und ihr habt eine Küchenrolle, äh, und ihr, hoppala, ihr zu Hause solltet auch sowas in der Nähe haben, damit man es ein bisschen abwischen kann, wenn was daneben geht. Das ist klar, wenn man andrückt, ja. So, ich hab, an und für sich hat jeder von euch eine Küchenrolle, wo liegen? Äh, wir machen dann, wenn dieser Stern fertig ist, was er gleich ist, das Tetrapack fertig und dann gibt's eine Pause. Eine längere, damit alle aufs Klo gehen können, was trinken können. Hat wer Fragen? Niemand fragt von euch, ich krieg kein Glockerl. Vorher wurde gefragt, was haben wir da für einen Föhn? Ah, ja. Was haben wir da für einen Föhn, hat vorher wer gefragt? Äh, Föhn, also, Föhn, ganz normal. Also, ihr müsst jetzt nicht den Tyson aus dem Kasterl holen und die Welt wegblasen. Gut. So, Lockenstab, ja, das dauert dann vielleicht ein bisschen. So. Gut, so soll's aussehen. Wie, 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 wie schaut's aus bei euch? Ah, die Küchenrolle klebt mit, gut. So. Geht's vom Tempo her, oder bin ich euch zu schnell? Zu langsam? Es ist mehr Übung als wir. Wir kommen schon aus. Okay, okay, nein, ich will euch nicht, ich will euch nicht... Ich will niemanden hetzen. Ich will niemanden hetzen. Okay. Sind wir gut in der Zeit? Sind wir gut in der Zeit? Daumen hoch, wir sind gut in der Zeit. Es ist ja, das soll man genießen. Basteln, ich hab beim Basteln kein Zeitgefühl, keines. Wenn nicht ab und zu mein Mann in die Werkstatt kommt und sagt, sag einmal, isst du heut nix? Wär's mir nicht aufgefallen, dass, ja, aber das ist so, das ist, ja, und es ist so wichtig, dass wir kreativ sind, dass wir was mit den Händen machen. Wir sitzen alle oft und ich denk mir, manchmal wär ich gern Fliesenkleber, Fliesenleger, mein ich Fliesenleger. Ja, weil ich kann, ich kann am Abend nach Hause gehen und sagen, ich hab was geschaffen. Wir sitzen oft nur vor Computern, ich steh auf einer Bühne und denk mir, ist eh schön, wenn die Leute lachen und klatschen, aber ich hab nix in der Hand. Ich kann nur wem nachher sagen, ich war heute arbeiten. Kein sichtbares Ergebnis. Und kreativ sein, das kommt von kreieren, das kommt von kreare erschaffen. So, ich mach jetzt mal, nachdem ich ja schon geklebt hab vorher, ich mach jetzt mal ganz vorsichtig meinen Stern auf und schau, ob der Kleber hält. Aber es sieht so aus, als würde es funktionieren. Und jetzt ist es so, jetzt kleben wir, wir wollen den Stern ja vielleicht aufhängen. Das heißt, wir müssen, geht's bei allen? Ja, wir müssen den ja hier noch zusammenkleben. Du zu Hause kannst den jetzt zusammenkleben. Die Damen, die da sind und den Stern nachher mit nach Hause nehmen wollen, weiß ich nicht, ob sie ihn jetzt zusammenkleben wollen. Weil zum Transportieren ist das ein bisschen schwierig. Es spannt. Deswegen hab ich gesagt, nicht, nicht... Ja, es ist natürlich mit Meersackerl besser. Aber deswegen hab ich auch gesagt, nicht bis zur Spitze zusammenkleben. Also wer bis da zusammengeklebt hat, das müsste sich gut ausgehen, oder? Geht sich bei allen gut aus? Und den kleinen Wuzziputz habe ich genauso gemacht. Den kleinen Stern, ja? Also, und das sind jetzt die Dreiecke. Also wenn man da sagt, ich will was Rundes reinschneiden. Wichtig ist nur bei einem Stern immer an Spitz. Wenn du Schneeflocken machen willst, macht man was anderes oben. Ja? Aber bei einem Stern ist es schön, wenn er oben spitz zugeht. Sonst wird es mehr so ein Faschingslampium. Okay? So, ich zeig's noch für zu Hause kurz vor. Ja, ja, ja. Da wäre eine Heißklebepistole natürlich jetzt gescheit, wenn wir es vorher auftreten hätten. Kannst du mir die bitte anstecken? So. Weil mit dem Bastelkleb... Na, servus. Mit dem Bastelkleber dauert's natürlich... Wirst du jetzt sitzen und das halten und halten und halten. Deswegen... Geht auch. Du hast dir Zeit zu Hause. Aber, was vielleicht ein bisschen mühsam ist, deswegen Heißkleber. Heißkleber. Heißkleber... Wenn ein Heißkleber ein Verlängerungskabel hat, ist auch wahnsinnig praktisch. Es gibt übrigens... Und wenn der Heißkleber auch noch einen Stick drin hätt, wär's noch besser. Entschuldigung bitte. Ich hab mich so schlecht vorbereitet. Also wir nehmen den Stick raus oder... Okay, kann man das einstecken? Danke. Dankeschön. Ich schneide mir dann in der Zwischenzeit halt einmal ein Danke-Banderl. Es gibt ganz tolle Heißkleber, kabellose. Würde ich empfehlen. Sollte sich jemand einen Heißkleber anschaffen. Und ich finde, sowas gehört in jeden guten Haushalt. Ja. Mindestens einer. Ich hab sogar ein Wohnmobil einen. Ja, will ich was basteln, hab ich... Ich hab so eine kleine... Aber... So ein Heißkleber ist einfach... Das gehört in jeden Haushalt. Ich verwende es nicht wahnsinnig gern, weil es halt wie das ein Plastik-Ding ist. Aber manchmal geht's nicht anders. Und es gibt kabellose, weil wer gefragt hat, die kommen in eine Ladestation oder sie haben einen USB-Stecker und kannst du aufladen und auf... Ist wirklich praktisch. Weil du dir dann nichts vom Tisch wegschiebst und so. So. Ich nehme jetzt ein Banderl. Ich nehme ein... Ich nehme ein Banderl. So. Und da kann man auch eine Kordel nehmen oder was auch immer. Ich schmeiße ja auch zu Hause nichts weg. Also Teile von Schuhbeinern zum Beispiel, wenn du noch einen schönen Teil hast und ich hab manchmal so bunte Schuhbeinern. Eins abgerissen, ein zweites nicht. Hebe ich auf. Und das klebe ich jetzt. Dann... Die leuchtet auch nicht. Wir wissen auch nicht wann sie... Hm... Äh... Gut. Also... Ich klebe das... Sieht man dann von oben. Ich klebe das so da rein. Dann habe ich hier die Schlaufe, die ist, glaube ich, ganz gut. Es hängt natürlich davon ab, wo man es hin, in welche Höhe, ob man es verlängern will. Verlängern ist prinzipiell hübsch mehr mit einem Nylonband oder so. Äh... Aber... So. Ich werde jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Jaaa! Eine Frage. Er kam von der Eva. Und zwar die fragt, hast du den kleinen Stern auch nur... Hast du beim kleinen Stern auch nur sechs Sackerl verwendet? Nein. Ich habe beim kleinen Stern, habe ich vorher schon gesagt, zehn Sackerl verwendet. Und sechs Sackerl ist wirklich eine Untergrenze, weil wir ja schon gesehen haben, nämlich egal wie groß die Sackerl sind, der Radius ist, das ist dann zu groß, das spannt extrem. Deswegen ist es besser, liebe Eva, du nimmst überhaupt mehr Sackerl, wenn du welche hast. Und wie gesagt, bei dem weißen... Äh... Bei dem weißen Stern, den ich nicht mehr finde, aber der war sehr hübsch und ich bin froh, dass ich ihn hergezeigt habe. Habe ich zehn Sackerl verwendet. Ja. Aber... Es... Es ist auch ein bisschen... Es ist... Wir haben hier... Dadurch, dass wir... Wir haben zwar einen super großen Tisch und viel Platz, aber... Wenn es nicht mal mehr meine anwesenden Damen finden, dann ist er weg, der Stern. Ist er weg. So. Ich gebe das jetzt an. Ja, jetzt geht's. So. Ja, ich tue es bis ganz runter, weil... Ähm... Weil... Ähm... Dann hält der einfach... Äh... Besser. So. Jetzt habe ich das nur etwas zu lange gemacht. Ich schneide das ab. So. Jetzt schaue ich nochmal. Das ist nämlich... Wenn man auf YouTube, Instagram und wo auch immer diese Bastelanleitungen sieht, wie sie den Stern machen, sieht man nie, wie sie am Zaun picken. Da sieht man nur bis zu der Stelle, die jetzt kommt. Nämlich... Also die jetzt war. Mit dem... Das Bandel habe ich mal reingeklebt. Und dann brauchst du nämlich sieben Hände und es wird wirklich nicht hübsch zum Zuschauen. Deswegen Heißkleber. Jetzt... Einmal noch über das Bandel da gezogen. Da rauf. Und jetzt... Zudrücken. So. Und jetzt seht ihr... Es klingt gleich aus. Aber noch ist es sehr heiß. So. Kann ich auslassen? Ja. Ehh... Schön. Also wenn er da irgendwo ein bisschen spannt, dann löst es ein bisschen die Ecke auf. Aber... Geht sich aus. Und passt ans Fenster. Und es sieht schon spannend aus, so ich powiedzieć, gleich bis zum Dollar nicht kriegt. Ja, bis zum Das sind so gespannt,se unterdrten. cuz zu das ist... Und dann sagt eigentlich nur die scientifically auch so, ich reingez... dass die Ecke, die dann natürlich gut z всп ot annual sind.